Einfach Run and Gunn, der Beste. Wow! Ich wollte gerade einen Jumppeak machen. Ich habe es gesehen. Alter, was war das für ein Timing? Gebt ihr das? Full Charge, Double Bounce. Full Charge, Double Bounce. Und dann seht ihr, dass es im Spawn landet. Und ja. Ja. Ich bin so blind. Oh man, imagine wir drei hier. Es ist so einfach. Wenn ich sage, die Kilder. Das ist ja nicht schlimm. Kuba will einfach nicht gewinnen, Digga. Das ist ja nicht schlimm. Kuba will einfach nicht gewinnen, Digga. Das ist nicht schlimm. Guys, stop trolling now. Come on, focus, guys. Let's go. Der Maul. Digga, ich gucke einmal kurz in dein Stream rein, Digga. Ich sehe die mit irgendeiner schnellen Brille da sitzen, Digga. Wie geht's gleich? Gott, geht's. Wie geht's. Es wird gesunden, damit sie macht. Wir haben wieder die Kanzler, folgt das zu cremieren.